Supercellus, 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 alles auf die Knie Supercellus Platz auf die Kriege Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und dieser Mensch, ein Mann natürlich, der ist heute in ihm und dieser Mensch, den werden wir kennenlernen und begrüßen mit einem Habebenspattern. Halleluja! Ich muss noch wissen, heute in der Früh, als ich mit dem Papst dinierte und frühstückte, sagte er, der Papst liebt alle Österreicher. Das hat mich zum Licht gebrochen. Der Papst liebt alle Österreicher. Quetsch mir nicht den Daumen ab. Na ja, aber, wie heißt der? Es kam in der Früh zu mir, da, wie heißt der? Ja, der meint ist nicht da. Rechtstiger! Na! Frau Gris! Gris! Frau Gris! Nein, ich weiß schon, der heißt Jesus. Ja! Ich hab glaub, du meinst die Frau Gris. Und ich kann euch nur das eine versichern, Jesus liebt euch. Das hat er mir persönlich gesagt. Und keiner lebt in der Kronenzeit nicht mehr in der Schwarze und Weiß. Jesus liebt euch. Aber jetzt kommt leider der falsche Obst. Denn der, der aus Uhren ist, ist ja ein Sparmann. Er ist ja ein Wohantuscher und ein Kinderschänder. Und dieser Mann ist heute hier begrüßt. Mit einem Halleluja! 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 Ho Chiang! 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 Ho Chiang!